So Leute um 9 zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Video und es geht wie immer mal wieder hier im Kanal um das Thema mit dem Abgasskandal. Und heute trifft es mal wieder den Hersteller Porsche, allerdings kommt jetzt eine ganz andere News hier raus, die ich aus der FAZ.net habe. Der Link zu dem Artikel ist auch unterhalb des Videos nochmal, schaut euch es gerne nochmal genauer an, lest euch den Artikel durch. Es geht darum, dass eine Klägerin Porsche verklagt hat, weil ihr Porsche Cayenne mit 262 PS diese, allerdings Euro 6 Norm, was ich ganz interessant finde, nicht den Bestimmungen besteht, wie sie eigentlich sein sollten. Sprich, Abgas- oder Abschaltvorrichtung ist vorhanden und genau das sagt auch das Landgericht Stuttgart, dass nämlich der Klägerin recht gegeben hat, vielmehr noch, dass Porsche nämlich sogar dieses Fahrzeug zurücknehmen soll. Und sowas hat es noch nicht gegeben bei Porsche und das finde ich ist ein ganz interessanter Schritt, wo es vielleicht in der nächsten Zeit auch, ja, dass das wegweisend sein könnte für andere Gerichte, die sich daran natürlich orientieren. Weil, wenn die in diesem Gericht jetzt entschieden haben und sagen, ja, das ist aber nicht in Ordnung, das ist nicht korrekt, ihr habt ja auch einen wettbewerblichen Vorteil dadurch, Porsche jetzt in der Stelle, gegenüber anderen Herstellern, die sich an die Regularien halten, ja, ich bin noch in meiner Recherche dran, nebenbei gesagt, an dem Video, welche Hersteller eine Abschaltvorrichtung hatten und welche nicht. Man liest da teilweise unterschiedlichste Sachen. Ich habe mir da auch, ich schweife mal gerade vom Thema ein bisschen mal ab, aber das darf auch mal sein, wie ich finde, habe ich mir nämlich einige Notizen gemacht. So haben wir nämlich zum Beispiel bei BMW, was ich gefunden habe, nur in Anführungsstrichen 11.700 betroffene Fahrzeuge, wo eine illegale Abschaltvorrichtung drin war und die wurde irgendwie in Anführungsstrichen versehentlich oder eigentlich eingebaut. Da müssen wir aber noch mal ganz genau im Video drauf eingehen. Im Verhältnis dazu steht dann nämlich der VW-Konzern mit 1,5 Millionen Fahrzeugen, die betroffen sind weltweit. Und das ist wirklich eine krasse Ausnummer. Mal andere Zahlen gerade genannt, Seat 104.000, Mercedes 280.000 Fahrzeuge, allerdings nur in Deutschland. Das ist wirklich ein ganz spannendes und noch sehr, sehr umfangreich aufzuarbeitendes Thema, wie ich finde, wo noch lange nicht Schluss ist. Genau, also die Dame, deswegen komme ich jetzt hier nochmal auf den Artikel, wie es geschrieben steht in der FAZ, bekommt knapp 60.000 Euro Entschädigung von Porsche, kann das Fahrzeug zurückgeben. Und zusätzlich zu diesen knapp 60.000 Euro Entschädigung gibt es auch noch plus 5% Zins. Ich frage mich da, wo kriege ich denn 5% Zins, dass die beim Gericht 5% Zins festlegen, ist aus der aktuellen Sicht der Total Exorbitant. Aber gut, die Frau kann sich freuen. Das ist wirklich eine ganz interessante gerichtliche Entscheidung. Allerdings ist die natürlich noch nicht rechtskräftig und Porsche sagt dazu, jetzt zitiere ich hier mal von der FAZ, wie es geschrieben steht. Das Unternehmen führte auf Anfrage schriftlich aus, dass es das Urteil des Landgerichts als rechts fehlerhaft beachte. Das Unternehmen sehe weiterhin keinen Anlass für die Geltendmachung von Ansprüchen, weil für die betroffenen Fahrzeuge eine mit dem Kraftfahrtbundesamt abgestimmte technische Maßnahme per Softwareaktualisierung durchgeführt wird. Und das, finde ich, ist wirklich frech. Ich glaube, frech kann man da eigentlich als richtigen Begriff zu sagen, weil das heißt ja nicht, dass solche Software alles ist. Wie ihr auch durch den VW Chirocco von meinem Bruder wisst, der lief ja vorher anders, bevor die Software drauf war. Also das sind ja so Sachen, die sind ja alle noch in der Klärung, was wirklich dieses Software-Update macht. Weil ich stelle immer wieder eine Frage, wenn die Software das kann, was oder diese Probleme überhaupt ausgelöst hat, warum hat man diese Software nicht schon für 5, 6, 7 Jahren installiert und benutzt? Ergibt sich mir nicht der Sinn, aber schreibt es gerne in die Kommentare, wenn mein Horizont dafür nicht ausreicht. Weiterhin steht hier, diese voll funktionsfähigen Fahrzeuge könnten weiterhin uneinschränkt genutzt werden. Das ist ja schon mal nicht ganz richtig, wie ich finde. Die können ja nur so lange wirklich problemlos genutzt werden, solange das KWA nicht sagt, du machst jetzt eine Software-Umrüstung oder du kriegst es zwanzenteignet, quasi ein Siegel ab und du darfst das Fahrzeug nicht mehr benutzen. So wie es teilweise mit Fahrzeugen aus dem VW-Konzern, jetzt aktuell speziell Amarok zum Beispiel, eines der ersten Fahrzeuge oder ich glaube sogar das erste Fahrzeug, das ungerüstet wurde per Software-Update, betroffen sind. Und das ist ja wirklich mehr als dreist. Porsche geht ja daher, Anführungsstriche, davon aus, dass das vorliegende Urteil in der Berufungsinstanz korrigiert werden wird. Ich würde sagen, ich bleibe mal daran, falls ich das nicht mitbekommen sollte, dass das jetzt nicht mehr so gut aufgebauscht wird, dieses Thema, und keine Nachricht dazu mitbekomme. Postet das auf jeden Fall hier drunter, wenn ihr das Video seht, dann mache ich dazu auf jeden Fall ein Folgevideo. Das interessiert mich natürlich ganz klar. Wie gesagt, das kann definitiv richtungsweisend auch für andere Gerichte sein. Ich bin kein Jurist, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass sich andere Gerichte daran orientieren können und werden, mit so einem Verfahren anders umzugehen. Des Weiteren auch noch der kleine Hinweis, die Musterfeststellungsklage bezüglich den VW-Klagen ging am 1. November, soweit den nächsten Schritt. Jetzt steht ihr allerdings auf der zuständigen Webseite hier vom Bundesamt für Justiz. Wichtiger Hinweis, Anmeldungen zum Musterfeststellungsklageregister, das Register, was ich euch in zwei, drei Videos vorgestellt habe, wo ihr euch als Betroffene kostenfrei eintragen könnt, können noch nicht vorgenommen werden. Dies wird erst nach öffentlicher Bekanntmachung einer Musterfeststellungsklage im Klageregister voraussichtlich Mitte November möglich sein. Das heißt, das Ganze verzögert sich jetzt nochmal. Wir haben jetzt heute den 6. November, wo ich das Video drehe, um ca. ein bis zwei Wochen. Ich halte euch auf jeden Fall dafür, natürlich auf dem Laufenden. Und jetzt roll rein, bis zum nächsten Video, lasst gerne Daumen hoch, runter da und abonniert den Kanal. Ciao.